Mal angenommen, du musst von A nach B. Mit Fahrinfo Berlin aus dem App Store. Wählst du einfach, wo es hingeht. Wann es losgeht. Und die beste Verbindung. Den schnellsten Weg zum Bahnhof findest du übrigens auch. Das iPhone löst die kleinen Probleme des Alltags. App für App. App für App.